Alles voll. Ich brauche meinen Kaffee. Ich will laden. Ich will föhnen. Wir haben doch immer Strom. Dank der mobilen Stromversorgung von BCS. Guten Morgen, liebe Camper. Ich habe wieder den beste Job hier. Jede Menge. Komm, heute noch zwei LKWs. Das haben wir heute alles auf den Dienstag gelegt. Ich muss immer Ware haben. Immer Ware haben. Ja, ich verkaufe genug. Glaubt mal. Man muss ja was zu verkaufen haben. Da hat er ja recht, der LKW-Fahrer. Da hat er ja recht. Muss mal gucken hier. Das ist aber nicht viel. Das sieht nur viel aus. Kinders, das ist nicht viel. Das ist gar nichts. Das ist gar nichts. Da kommt... Opsula. Da kommt heute noch mehr. Ich habe das alles heute mal am Dienstag gelegt. Da kommt gleich noch ein LKW. Komm, wir gucken mal an, was haben die denn da wieder geschickt. Ja, Philipp, guck mal. Lager muss wieder voll werden, ne? Ich glaube 1.500 oder 2.000. Ne, mehr. 2.000 Paar, also 4.000 Halter wieder. Aber das ist jetzt nur kurzzeitig, ne? So, ich habe das alles hier. 2.320 Halter. Ja, ein paar. Mal 2. 2.320, hier. Mal 2. Dokument habe ich in der Hand. Du Dokument, Mann. Jawohl. Nochmal unsere Halter, ne? Hier haben wir jetzt sogar, weil letztens mal jemand gesagt hat, ja, wenn die im Karton, früher haben die im Karton gelegen. So. Dann machen wir schon mal ganz feine Kratzer drauf. Darum haben wir jetzt alle in Tüten, dass auch keiner mehr verkratzen kann. Jetzt sind die beide in Tüten eingepackt. Hier. Ne, das ist jetzt nur die Vorladung, ne? Der Rest, der eigentliche Halter kommt noch hinterher. Kurze Schäden, ne? So sind die jetzt eingepackt, quasi. Aber 1, 2, 3, 4, 5, 5... Sonst nochmal. Standardhalter. Ja, ist eigentlich... Standard Solarhalter, ne? Für die Händler ist jetzt das Ding hier draufgekommen, ne? Schön aussieht, ne? Ja, Feuerwehr hat auf Kopf, jetzt die dirt auf. Jo. Dann können wir da solar kleben. Aber wir konnten vorher auch solar kleben. Ist ja nicht, dass wir nichts haben, ne? Aber jetzt haben wir da ein bisschen mehr. Ja, dann bin ich beruhigter und ich werde nervös mit Solar. Wie sage ich immer, besser haben wie brauchen. Ja, mit Solar werde ich sehr unruhig. Wir warten es ab. Was kommt? Ja, jetzt können wir mal wieder gucken, wo wir das alles hinkriegen. Jetzt hat es schön abgeladen und geschittert hier. Jetzt kann Flo gucken, wohin damit. Bis Ende des Jahres ist die neue Halle da. Läuft ja. Vier und große Logistik-Halle wird gebaut. Aber es ist ja so, wir haben jeden Tag neue Händler-Anfragen, neue Händler, mehr Händler. Und ja, dementsprechend mehr Material muss natürlich auch da sein zum Liefern. Und darum kaufen wir immer schön großzügig ein. Und darum kommen wir auch gar nicht um die neue Halle drumherum. Das ist ein Muss und das machen wir jetzt auch. Und gut ist es. Ja, das war's. Daumen hoch, Kanal abonnieren und ich gucke, wo ich hinlage. Ich laske die Händler-Anfragen. Ich laske die Händler-Anfragen. Ich laske die Händler-Anfragen. Vielen Dank.